SCB 60 Seconds Nach der Nazi-Pause gilt es heute Abend für den SCB wieder ernst. Wir hatten eine gute Pause. Wir haben etwas praktiziert. Heute beginnt die Saison wieder. Es sieht aus, dass die Energie zurück ist. Metall- und physische Energie. Heute brauchen wir das. Es wird wieder eine schwierige Sektion sein. 3-Games jede Woche. Wir vorbereiten das. Heute in einer Woche das Rückspiel der CHL gegen die Malmö Redhawks. Für den SCB-Captain Simu Moser ist klar, dass wir das Mal ein Goal haben. Wir haben im Spiel gesehen, dass wir die Chance hatten, sicher auch 4 Goals zu machen. Im Powerplay haben wir keinen gemacht. Wenn wir einen von unseren Breakaways machen, wo wir alleine gehen, dann fehlt noch 1 für die Verlängerung. Ihr habt das Goal vom Monat Oktober abstimmt. Das kommt von Simu Moser. Danke für das zahlreiche Abstimmen vom Goal vom Monat. Bleibt dran, denn auch im November gibt es zahlreiche schöne Goals.